ein freunde und herzlich willkommen zu meinem channel heute fest sich mal ein iso drink freue ich mich schon total drauf weil ich habe früher früher als kind gerne was getrunken dass ich so star ich fand das total klasse und das konnte ich das kannst du trinken ohne zu schlucken ja das hast du angesetzt lief direkt runter ohne zu schlucken fand ich sehr geil ich gucke mal ob es das noch gibt wenn 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 ich das finde dann ist wahrscheinlich auch gelaufen aber werde ich dann auch testen egal heute testen wir aus gutem grund wir euch mal sagen aus gutem grund carolinen iso sport was ein isotonisches erfrischungsgetränk mit grapefruit und zitronen geschmack mit natürlichen mineralwasser kalorien plus vitamine plus magnesium ja klingt doch schon mal ganz gut ja ist natürlich fand dose sieht klasse aus sieht sportlich aus ist auch ein fahrrad irgendwie abgebildet ja ok 100 milliliter hat das 18 kilokalorien ja dass es geht noch ein bisschen weniger also für die kalorien zähler unter euch geht noch ein bisschen weniger aber er ist doch kein schlechter wert wirklich nicht gut dann testen wir mal ganz schön riecht nach iso nach diesem typischen iso iso star und wie die alle hießen genauso riecht das super ich freue mich schon sehr drauf jo post klasse gehört dazu ist kohlensäure aus mineralwasser oder schmeckt einfach klasse ganz erfrischt ich bin jetzt nicht so der grapefruit fan aber carolinen iso schmeckt wirklich gut haben wir wirklich weiterempfehlen ok gut kann es kurz machen machen wir bewertung 2 1 aller aller bestes und sehen dass alle aller schlechtes ja redet von mir zwei weil das kann man wirklich sehr sehr gut trinken und das ist erfrischend das was könnte mich auch nachts wach halten ja super gut das soll es mal in der gewesen sein kleines like wer nicht verkehrt abonniert meinen channel und guckt euch auch ruhig mal die anderen videos in meiner playlist an getränke test da sind noch ganz ganz viele getränke und da kommen noch viele dazu ok dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ein zeit gute fahrt jungs und mädels tschüss 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 tschüss